Es ist Podcast, meine Kerle, und irgendwie ist irgendwas anders. Ich fühle mich so eckig. Wie geht's euch, Aboke und John? Ja, ich hab mich ja auch schon an der Ecke irgendwo, also ich hab mich an meiner eigenen Ecke gestoßen. Das tut schon irgendwie weh, aber es gibt auch keine runden Bollen, sondern bloß eckige, irgendwie so. Ja, wieder was ganz anderes. Schön, hier zu sein, wo auch immer dieses hier genau ist. Ja, wir sind im 3D-Gelände, ne? So sieht's tatsächlich aus. Wir haben hier sogar eine exquisite Kameraführung, das seht ihr später im Livestream. Und wir haben tatsächlich auch ein paar Zuschauer mitgebracht. Ein paar haben sich hier hinverirrt. Ihr könnt jetzt alle in den Vortragsraum auf dem 3D-Gelände kommen. Und dann könnt ihr uns hier live mitverfolgen. Und ja, herzlich willkommen live aus dem Vortragsraum der Tux-Tage des 3D-Geländes. Ja, was für ein schönes Thema haben wir denn heute mitgebracht. Ich wollte mich mit euch mal ein bisschen über Wayland unterhalten. Langsam, aber sicher hab ich das Gefühl, dass es ernst wird, wenn Fedora 40 nur noch mit Wayland kommen möchte. Und das ist so der Knackpunkt, denk ich mal. Also, da wird's interessant für uns alle. Ich würde tatsächlich ja sagen. Also, das könnte eine relativ stressige Sache werden. Wobei, ich hab jetzt mal gehört, also, man hört ja nur, man redet ja nichts. Ähm, ich hab für das News-Video des Letztes recherchiert. Also, Fedora 40 wird mit Plasma 6 auf jeden Fall nur mit Wayland erscheinen. Kein X-Org mehr. Bei Gnome war's noch nicht ganz abgeschlossen, die Entscheidung. Aber vielleicht ist das auch schon veraltet vor 1, 2, 3, 4 Tagen hab ich das, glaub ich, mal besprochen. Ich weiß nicht. Hast du da aktuellere Infos? Bis jetzt noch nicht. Also, ich hab denselben Informationsstand. Ich weiß halt nur nicht, was ich davon halten soll. Also, mein letzter Wayland-Test ist zwar schon eine Weile her, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber da hat halt noch nicht alles funktioniert. Und ich hoffe, dass, bevor es ernst wird, dass es so weit umgesetzt ist, dass ich, beziehungsweise auch ihr beide als, äh, in Anführungszeichen, in eckigen Anführungszeichen kann man ja jetzt sagen, ähm, ähm, da keine Probleme haben als Content-Creator irgendwo. Weil ich hab echt unter Wayland auch massiv Probleme, teilweise sogar mit OWS. Und das ist mitunter mein, ja, Hauptarbeitsmittel, möchte ich behaupten. Ich weiß nicht, wie ihr oder ob ihr schon unter Wayland Probleme damit habt oder hattet. Oder seid ihr überhaupt schon unter Wayland? Also, ähm, produktiv benutze ich's nicht. Ich hab jetzt gerade vor kurzem mal rumgespielt, denn ich habe mir so bei einem Reste-Verwerter quasi ein gebrauchtes Tablet geholt. So ein Gerät hier, das ist so ein ThinkPad. Ähm, und da hab ich ein bisschen mit rumgespielt. Und das, was noch am besten funktioniert als Tablet-Oberfläche, ist das Plasma 5. Und das funktioniert eigentlich bloß richtig unter Wayland, wegen, ähm, der, äh, naja, Touch-Steuerung. Die funktioniert unter X-Org nicht richtig. Und da hab ich das wirklich mal verwendet. Also, es ist alles noch nicht wirklich ausgereift, wo ich aber eigentlich eher Probleme mit dem KDE als solches hab, als mit Wayland. Aber alles andere, wo ich jetzt Produktivsysteme hab, da hab ich X-Org drauf. Also, da will ich jetzt auch wenig Experimente wagen. Und ein großes Problem, was ich bei Wayland sehe, ist die fehlende Netzwerktransparenz, die ich wirklich verwende auf Systemen. Und wo ich keinen adäquaten, ähm, ja, Ersatz für sehe. Also, ja, also, VNC könnt ihr natürlich benutzen oder irgendwas anderes. Aber, äh, das, was in X-Org direkt drin ist, im X-11-Protokoll, das gibt's da so nicht. Und das find ich irgendwie nicht so toll. Oh, also. Tatsächlich. Also, ich würde sagen, ich hab, äh, wann hab ich das letzte Mal Wayland richtig produktiv, äh, eingesetzt? Ich glaube, also, noch nie richtig. Ich bin immer mal wieder dran gestreift. Aber was mich beispielsweise auch extrem nervt, auch bei, weil ich am Support auch manchmal tätig bin, ähm, vor allem jetzt bei Ubuntu-Desktops, die haben standardmäßig schon Wayland, ähm, ja, Bildschirmübertragungen, beziehungsweise sowas wie Fernwartung oder sowas, funktioniert, wenn überhaupt, nur sehr modimentär. Und viele, ähm, ja, altbekannte Programme unterstützen das noch nicht. Und das ist natürlich ein Problem, was, äh, ja, uns tatsächlich auch in gewisser Weise alle betrifft, ähm, beziehungsweise, ähm, ja, wir sehen halt in verschiedenen Punkten, das Ding ist meiner Ansicht nach noch nicht so produktiv, reif, wie wir das eigentlich haben wollen. Und, ähm, jetzt schon X11 komplett zu verbannen halte ich persönlich als Fehler. Ja, würde ich nachher runter machen, eckigen Haken. Ja. Der ist ja gut sein, kriege ich. Gott sei Dank. Da gebe ich dir genauso recht, also, X11 als Ausweichalternative kann man ja immer noch nachinstallieren. Es sei denn, äh, die Distributionen entscheiden sich dann wirklich rigoros dafür, es gibt in unseren Repos kein X11 mehr, was ich bezweifle. Ich bezweifle. Es wird definitiv nicht mehr per Standard ausgeliefert, aber es wird garantiert noch drin sein. Alles andere wäre ein bisschen waghalsig, möchte ich mal behaupten. Also, man braucht es leider Gottes noch, ab und zu. Wobei ich sagen muss, dass die Spiele-Performance unter Wayland besser ist, wenn auch nicht überragend, aber ein paar Frames. Also, es ist ja nicht verkehrt, der Fortschritt, muss man auch sagen, aber so wie es halt immer in der Softwareentwicklung oder in der Produktentwicklung ist, wenn ein Produkt ein anderes ablösen soll, dann muss es mindestens genau denselben Funktionsumfang bieten. Und das hat es halt noch nicht. Und ja, das fällt mir in meinen Tests immer wieder auf die Füße. Und ich weiß nicht, wie ihr da so steht mit der Meinung. Ich denke mal genau so, oder? Tatsächlich. Also, ich habe mehr dazu gelesen. Also, bis auf dieses Tablet habe ich es nicht wirklich irgendwo mal ausprobiert. Vielleicht durch Zufall, dass es beim Distributionstest aktiv war. Und ich habe nicht wirklich was von gemerkt. Das ist im besten Fall. Und von daher habe ich ein bisschen gelesen dazu, damit ich ein bisschen Hintergrund dazu habe. Also, Voronix hat ja verschiedene Spiele getestet mit AMD und Nvidia Grafikkarten unter Wayland und unter X.org. Und das tut sich wirklich nicht wirklich viel, was da so Bilder angeht. Und meistens ist Wayland, wie du schon sagtest, so ein paar Bilder voraus. Aber das ist im Mess, aber nicht im wirklich spürbaren Bereich. Also, da hat man jetzt wenig von. Andererseits die Probleme mit OBS-Bedingungen aufzeichnen, mit Hilfe übers Internet, Bildschirm freigeben und so. Die Probleme sind wohl immer noch da. Die werden wohl durch Pipewire, da gibt es eine Möglichkeit, dass das auch irgendwie funktioniert. Blöd. Also, was wiederum nicht funktionieren soll, ist so ein Mischbetrieb für alte X.org-Anwendungen. X.Wayland gibt das so eine Erweiterung dazu, dass die Programme weiterhin laufen. Das kann man wiederum denn nicht capturen. Also, diese Fenster, die denn das X11-Projekt noch verwenden, die kann man in OBS dann nicht aufnehmen. Die bleiben schwarz. Oder, was ein anderer YouTuber meinte, er hätte es auch hin und wieder mal ausprobiert. Und unter Wayland würden Dinge beim Aufzeichnen einfach richtig gruselig ruckeln. Also, dieses, was alles erstmal relativ negativ klingt, also was es ja auch in der Praxis ist, im Gegensatz zu den Vorteilen, die es für einen Endbenutzer bringen kann, ist doch relativ gravierend. Also, als Endnutzer habe ich von Wayland so gut wie keine Vorteile. Also, das Einzige, was ich jetzt wirklich auf der Positivliste Endbenutzer habe, ist dieses Touchdings, was ich da habe, was da funktioniert, was unter X.org nicht geht. Alles andere ist im besten Fall genauso gut, aber mit ganz vielen Abstrichen an vielen Stellen. Also, von daher sehe ich Wayland im Moment eigentlich, ja, nette Idee, aber irgendwie bringt es halt nicht. Und zu viele Nachteile, das, was im Hintergrund ist, ist komplett verständlich. Der X.org-Code, der ist über die Jahrzehnte gewachsen und immer wieder angepasst worden. Und der ist wohl ziemlich unwartbar geworden, was zu Sicherheitsproblemen führt und auch grundlegenden strukturellen Problemen, die einfach, an die man damals nicht gedacht hat, die man nicht als Problem gesehen hat, als dieses Protokoll spezifiziert wurde, was sicherheitsmäßig eher gruselig ist. Aber dem Endbenutzer ist es, würde ich sagen, überwiegend auch total egal. Das merkt er nicht. Das kennt er von anderen Betriebssystemen vielleicht auch, dass die Sachen sowieso nicht sicher sind und er wartet das auch gar nicht anders. All diese Sachen, also von daher, Wayland, ja, nette Idee, nettes Forschungsprojekt. Gehen wir nochmal 15 Jahre drauf, dann haben wir es vielleicht so weit, dass es wirklich ein Ersatz ist für alle Zwecke. Aber im Moment, ja. Ist vielleicht auch mal die Frage, wie das unsere Zuhörer, beziehungsweise auch Live-Zuschauer finden. Gerne in die Chats bei YouTube oder turkstage.de reinschreiben oder auch gerne hier direkt euren Kommentar abgeben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch entweder in den Chat schreiben oder auch anfangen zu reden hier drin. Wobei, man hört euch nicht live. Das heißt, ihr müsst das dann wiederholen für die Aufnahme und für den Livestream. Genau, hat einfach auch rechtliche Gründe, dass wir euch leider nicht direkt immer live freischalten können. Ja, wenn es jemanden gibt, der da auch nochmal eine Meinung zu hat oder vielleicht auch mal eine Frage, wer von euch nutzt denn schon standardmäßig Wayland und ist damit super zufrieden, dann gerne loslegen, würde ich sagen. Ja, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis der Input kommt. Also von hier live kommt erstmal kein Input. Ich bin gespannt, da kommt sicher auch was in den Chats dann gleich rein. Ja, meiner Ansicht nach, ja, so finde ich den Weg, den Linux Mint geht, gar nicht so schlecht. Also Linux Mint hat jetzt das erste Mal angekündigt, dass sie jetzt in Wayland aktiv arbeiten und planen, das tatsächlich an Weihnachten schon die erste vorzweigbare Version rauszubringen, aber das Ganze eben noch optional. Also standardmäßig wird, so wie ich das rausgelesen habe aus dem Blog, dann das normale XL-Protokoll oder der X-Server bis 2026 standardmäßig laufen und dann wahrscheinlich erst in der Linux Mint Version 23, ab der Linux Mint Version 23, peilt man dann an, Wayland standardmäßig einzusetzen. Und meiner Ansicht nach ist so ein Schritt-für-Schritt-Übergang viel, viel, viel wichtiger oder viel besser, als wenn man sagt, okay, gut, man geht jetzt schon zurück. Also klar, diesen Schritt-für-Schritt-Übergang haben ja auch viele andere Distros jetzt auch schon gemacht, aber meiner Ansicht nach kommt der zu früh, zumal auch viel Software einfach eben noch nicht zuläuft. Und von daher finde ich, macht das Linux Mint Projekt, muss ich sagen, wirklich eigentlich ziemlich vorbildlich, oder? Kann ich bestätigen. Also bei mir ist es ja Pop-OS als Daily Driver. Da ist es genauso. Also die Jungs und Mädels von System76 haben auch immer noch die Fixierung auf X11. Und das wird sich auch mit der nächsten Version, soweit ich das schon mal aus den Blog-Einträgen so rausgelesen habe, selbst mit dem neuen Cosmic Desktop erstmal nicht ändern. Ja, ist schade eigentlich. Da ist es genauso konservativ, sagen wir es mal so, wie es ist. Wobei ich sagen muss, also ich bin halt der Meinung, wenn es ein Ersatzprodukt für etwas gibt, dann muss es mindestens dasselbe abdecken. Und solange es noch so massive Probleme, gerade mit Screenshares gibt, war das letzte Mal, wo ich es ausprobiert habe, war wirklich das ein signifikantes Problem, gerade auf einem Arbeitsgerät für die Remote-Arbeit von einem Kollegen. Wenn das nicht geht, ist das einfach, leider Gottes, noch unbrauchbar. Sehr schade. Sehr schade. Ja, einmal Grüße nach Bremen, würde ich mal sagen. Hallo, zusammen nutzen Gnome X.org da einige Erweiterungen nicht unter Valid laufen. Haben wir die Erweiterung unter Gnome. Ich sehe tatsächlich bis jetzt auch nur Kommentare, die sagen, nee, wir nutzen noch kein Valid. Was schade ist, haben wir überhaupt welche, die Valid nutzen? Ich kann mir schon, also ich muss es ja eigentlich geben, weil ansonsten verfehlt Fedora ja eigentlich komplett sein Ziel, meiner Ansicht nach. Ja, ich glaube, da schreiben sie mal welche. Da sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Da würde sonst an der Community vorbei entwickelt werden. Genau. Ubix schreibt, nutze Valid auf meinem Convertible und funktioniert bei mir weitestgehend gut, Uwix. Das klingt ja schon mal gut. Actionschnitzel schreibt, wie schon öfter ich gesagt habe, wir sind alle ungewollte Valid-Beta-Tester. Trotz des neuen Envidatreivers bin ich nicht zufrieden, schreibt er. Das ist natürlich schade. Stichwort Nvidia. Ich weiß nicht, ob das immer noch so, ob das noch aktuell ist. Also mit den proprietären Nvidia-Treibern soll das sowieso grundlegende Probleme geben. Tuxedo verbaut ja oft diese Hybrid-Grafik, dass du eine Nvidia-Grafikkarte im Laptop hast und die interne Intel-Karte. Und das denn je nach Anwendungszweck die richtige rausgesucht werden soll. Also Intel-Grafikkarte für Strom sparen, Nvidia für 3D-Spiele und sonst irgendwas. Und das hat wohl so viele Probleme verursacht, sodass sie mit ihrem Tuxedo-OS von dem Valid, was sie mal kurzzeitig standardmäßig mit ausgerollt haben, wieder zurück sind auf X-Org. Weil es in der Praxis Probleme gibt. Und ja, das zum Thema Nvidia dazu. Ja, schade. John J. McKay schreibt hier drin, also meine Erfahrung, Valent, ist auf moderner Hardware- und Multimonitor-Setup inklusive Thunderbolt-Doc besser, schreibt er. Gut. Also, aber inwiefern besser? Also was macht das besser als X-11? Oder meinst du, dass es generell besser funktioniert? Das kann natürlich auch gut sein. Ähm, dann auch gerne. Man kann hier sogar reagieren, ne? Ihr könnt unten einmal auf reagieren. Könnt ihr das? Könnt ihr das? Äh, ich selber kann's, ne? Ich glaub, ihr könnt gar nicht reagieren, kann das sein? Ich glaub, ihr habt gar kein so ein reagieren-Ding drin, ne? Da muss ich mal in die Raumeinstellung gehen. Vielleicht könnt ihr es alle direkt gleich. Äh, das ist immer so die Sache. Ich glaub, ihr könnt doch nicht reagieren. Aber du kannst ja mal reinschreiben, was du da besser findest oder was da so das Ding ist. Also einfach nur rein aus Interesse. Muss nicht sein, natürlich. Aber mich würde es sehr interessieren. Dark of Shadow schreibt, Wayland kann auch noch keine Desktop-Erweiterung und nur, äh, Klonen habe ich erst letztens getestet. Auf einem i7, 4790K, 60GB RAM, GTX 8980 mit Garuda Linux. Okay. Kann auch noch keine Desktop-Erweiterung. Also Desktop-Erweiterung ist anscheinend auch nochmal ein riesen Problem. Ich muss sagen, ich selber hab auch ein Problem in der Entwicklung selber. Ich entwickle ja unter anderem Linux-Assistent. Ähm, da funktioniert auch noch nicht alles. Also, unter Wayland, ich unterstütze es zwar generell, aber die Komfort-Funktionen, die ich eigentlich, also, eingebaut habe, die funktionieren noch nicht unter Wayland. Was sehr, sehr schade ist. Ähm, und da ist einfach noch super viel auch in Bibliotheken noch zu tun. Und ich sehe es einfach noch nicht, es tut mir leid, jetzt in den nächsten sechs Monaten, in denen dann irgendwann Fedora erscheinen wird, kommen, äh, dass das dann wirklich genauso dann stattfindet. Und, dass wir dann wirklich so eine grandios bessere Unterstützung haben. Aber natürlich, man muss auch ganz klar sagen, wir sollten eigentlich schon langer von X11 weg gegangen sein, wenn man das so, vielleicht auch so Sicht von 20 Jahren sieht. Weil damals war es schon, äh, an, beim Veralten, sag ich mal. Ja, und das ist dann natürlich schwierig. Aber trotzdem... Ja, aber X12 wollte doch keiner. Es gab doch dann den Nachfolger. Den wollte auch keiner. Ach, ne. Wisst ihr warum? Okay, erzähl mir. Es gab einen Nachfolger. Erzähl. Es gab mal X12, der wurde entwickelt und dann wurde der eingestellt, weil irgendwie, äh, die Entwicklung einfach, äh, oder die Nachfrage nicht weitergegangen ist. Ja, okay. Hm. Aber Ubik schreibt, also im Multimonitor funktioniert Vailant wirklich besser. Zuordnung und Einstellung sind einfacher, schreibt er. Cool, sehr cool. Also, ist auch schon mal ein Punkt. Und ich muss sagen, also, wenn wir jetzt Vailant noch inklusive mit Pipwire sehen, das ist ja der Puls-Audio-Ersatz, wenn ich so möchte. Also, ähm, Audio... Es ist eine Audio-Server-Implementierung. Ich glaube, ich verhacke mich da dann in den, ähm, in den ganz genauen Spezifikationen. Ähm, das ist dann... Ähm, tatsächlich läuft dann schon ganz gut, ne, aber halt, wie gesagt, viele Programme unterstützen das noch nicht. Und, äh, das ist auch nicht so einfach, dass du unterstützt, sag ich mal, als Entwickler, bevor man, ähm, also, natürlich, wenn man Vailant-Entwickler ist, dann wird das natürlich irgendwie funktionieren. Ich glaube, da hast du auch deine Hürden, weil sonst hätten sie es wahrscheinlich schon alle rein. Ähm, aber als normaler Entwickler auch, der jetzt nicht hier in dieser Display-Server, ähm, Sparte drin ist, da hast du selten Möglichkeiten, sag ich mal, was sehr schade ist. Ja, mit Vailant sind nach einem Neustart oder nach dem Standby die Fenster noch da, wo sie vorher waren, auch Monitor mit unterschiedlichen Bildwiederholraten und Scalics funktionieren besser als unter X11, sag ich mal, okay. Okay, das ist ja gut. Das ist sehr gut. Also, wobei ich mir da eher vorstellen kann, dass es, ähm, mit dem Desktop zusammenhängt, dass er sich diese Einstellung einfach merkt. Also, mit XOR kriegst du das ja auch hin. Also, das ist jetzt ja nun, ähm, über XRand, so ein Kommandozeilenprogramm, ähm, da kann ich sehr viel mit einstellen. Das mache ich hier bei meinem Desktop auch. Also, beim Hochfahren sind normalerweise beide Monitore an, aber eigentlich möchte ich immer bloß einen benutzen. Den anderen brauche ich eigentlich bloß für irgendwelche Live-Sachen und durch so ein Skript wird das Ding ausgemacht und ich kann da auch die Herzrate setzen und sonst alles Mögliche. Also, prinzipiell hat es mit Wayland oder XOR wenig zu tun, wenn der Desktop diese Dinge abspeichert. Absolut. Ja, und zu diesem X12 da, ich hab, nee, beim, also, das ist das erste Mal, dass ich jetzt was dazu, äh, dass ich gehört habe, dass sowas überhaupt gedacht war. Ja, die Informationslage. Die haben angefangen und sehr schnell aufgehört. Ich glaub auch nicht, dass es X12 direkt hieß. Also, ich hab's nochmal irgendwann gelesen. Das, es gab einen Nachfolger, der wurde angefangen, der wurde nicht angenommen und seitdem ist halt X11 seit zigtausend Jahren. Also, bei X.org, der Seite, gibt es, ähm, unter Development, äh, wirklich unter dem Stichwort X12 so eine Unterseite und, äh, da steht bei, die wurde das letzte Mal am 18. September 2017 angepasst, die Seite. Das ist jetzt ja nun gar nicht so alt, denn Wayland, äh, die Entwicklung gibt's ja auch schon länger. Die sind ja auch seit, ich glaube, 14. Oder? Wann haben die angefangen? Wayland seit 14, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaub, die erste Vorstellung war 2008 und, ähm, mal gucken. Letztlich ja schnell nachgucken. Da sind wir mal sehr gespannt. Ja, ja. Das ist immer schön, wenn man, wenn man, wenn man live nachgucken, das ist, ähm, aber ja, machen wir auch mal ein Aufnahmen. Erscheinungsdatum. Erscheinungsjahr 2008. Ja. Ach nee, 2014 war, glaube ich, Mir. Das war doch das, das Canonicals-Versuch. Ach, nein. Sorry, das hab ich jetzt durcheinander geworfen. Hauke hat recht, 2008. Mir war ja auch wieder so eine tolle Idee, ne? Also, äh, jetzt kann man natürlich spekulieren, wie viel Zeit wir durch diesen, einen erneuten Alleingang von Canonical da verloren haben, wenn Canonical jetzt diese Ressourcen, diese auf dieses Myr-Projekt, was ja sehr ähnlich ist, auf, äh, Wayland geschmissen hätten. Also ein paar Entwickler dort gesagt, ihr macht jetzt bei dem Wayland-Projekt mit oder ein bisschen Geld gegeben hätten. Ob wir da jetzt schon viel weiter wären als diese, wie lange gab's das mit Myr? Wie viele Jahre wurde das gemacht? Fragen über Fragen. Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht wirklich lange. Ich glaub, gerade mal so vier, seit Ubuntu 18.4, äh, hat doch da kein Hahn mehr nachgegräht. Es gibt sogar eine aktuelle Version davon. Oh. Die ist am 23. August 23 rausgekommen, das ist gar nicht so weit her. Also da werden immer noch Ressourcen verbrannt. Aber die, die Nachfrage ist doch überhaupt nicht mehr da, beziehungsweise die Präsenz, sagen wir es mal so. Ja. Also von daher weiß ich dann halt nicht, ob, ob, ob da noch was kommt, weil ich glaube, der Myr-Displays oder Myr-Displays-Server war doch genauso wie Unity mal so ein, so ein Ding von, von Canonical. Wie du schon gesagt hast, so ein Alleingang. Wir bestimmen das jetzt, dass das besser ist für alle und damit habt ihr jetzt zu leben und dann sind sie nach ein paar Jahren zurückgerudert. Und jetzt wurde das geforkt, weil dann doch ein paar Fans oder ein paar Anhänger sich gefunden haben. Stark, aber krass, ne? Also hätte ich jetzt auch nicht gesehen. So allein, äh, allein aus Interesse, also nicht, weil man es benutzen sollte oder sonst irgendwas, müssten wir uns das mal angucken. Also wie, wie weit Myr aus im Jahre 2023 ist. Also die geben ja auch an auf der, äh, Seite, dass es da auf Raspberry Pi, äh, Pi, äh, 3 und 4 funktionieren soll. Intel und Nvidia und AMD-Grafikkarten. Aber jeweils die, die freien Treiber dabei. Also, nicht, dass wir es jetzt bräuchten oder dass es heute jetzt Thema sein sollte, aber so rein Interesse, was ist eigentlich geworden aus? So, so eine Folge. Neue Serie, neue Serie. Ich seh's kaum. Ja, neue Serie auf YouTube. Aber kennt ihr noch? Ja. Aber tatsächlich. Kennt ihr eigentlich noch? Ja? Ne, ich meine, das ist dann der Titel der Serie. Kennt ihr eigentlich noch? Und dann Projekt einfügen. Kennt ihr eigentlich noch? Das ist auch sehr gut. Ja, und dann, äh, schreibt hier der Ubuntu-Unity-User auch, äh, auf, äh, tux-tage.de. Äh, hier ist einer, ne? Also, äh, gut. Ja. Das hättet ihr euch denken können. Also, es gibt schon noch ein paar, die Unity nutzen. Also, ich, äh, höre auch immer mal wieder, oder ich sehe das auch immer wieder in den Kommentaren. Aber ich glaube, es ist natürlich weniger. Und es, äh, ist jetzt, glaube ich, vor 1, 2 Jahren so gekommen, dass, äh, Ubuntu-Unity ein offizielles Flavor ist. Von, äh, Ubuntu, meine ich. Ein Ubuntu-Derivat oder Flavor, besser gesagt. Ähm, gibt es anscheinend. Haben wir uns, äh, auch vor kurzem erst angeguckt. Als, äh, Ubuntu 23.10 rauskam, da habe ich mich ja, ich glaube, insgesamt an drei verschiedenen Flavors abgearbeitet. Unity war einer davon und ich weiß gar nicht, was ich noch alles, äh, dabei hatte. Also, müsste man dem Stream mal nachgucken. Und, äh, ich hatte, äh, ziemlich Pech dabei. Also, ich habe die mit, ähm, glaube, dem Aufruf von dem Einstellungsdialog unabhängig von der Distribution immer zum Absturz gekriegt. Das ist spitze. Aber, äh, Unity gibt es wirklich in aktueller Version. Also, und als offizieller Flavor wieder. Warum auch nicht? Wenn es stabil läuft und wenn Leute Spaß daran haben, ja, macht das gerne. Aber wenn es denn schon beim Einstellen abstürzt, hm, ja. Hm. Ja, das Bedienkonzept von Unity war halt nicht verkehrt. Also, es war halt nur ein bisschen mehr anpassungsunfreundlich. Sagen wir es mal so. Aber vom Workflow war das doch schon super. Und einige von den Ansätzen sind doch dann in die, äh, GNOME 40 oder GNOME 4-Version. Und alles, was jetzt in der 40er dort unterwegs ist, sogar mit reingekommen mit diesen Fensteraufteilungen. Das ist doch schon, da ist doch schon ein bisschen Unity-Einfluss mit reingeflossen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Was ja gar nicht verkehrt ist. Das ist ja ein guter Workflow und, ähm, lieber, äh, gut kopiert als schlecht selber gemacht. Oder wie sagt man? Irgendwie so. So ist das. So ist das, ja. Aber cool, ne? Cool, dass es auch gibt. Action Schnitzel fragt, gibt es noch Wubi? Wubi. Ich muss sagen, also kennt ihr eigentlich Wubi? Also, Wubi sagt mir persönlich nichts mehr. Oder nichts, ne? Damit konntest du, ähm, Ubuntu neben oder in Windows installieren. Das ist Windows Ubuntu Installer. Das ist eine ganz wilde Nummer. Das war keine klassische Nebeneinander-Installation. Das war irgendwie in Windows installieren. Das war richtig wild. Keine Ahnung, wie das jetzt technisch funktionierte. Das waren so meine Anfängszeiten. Ähm, aber kennt ihr noch die Zeit? Ähm, ja, sag erstmal fertig, sorry. Ne, ne, ich war eigentlich fertig. Achso, ich war schon fertig. Ich muss immer sagen, das erinnert mich immer, dass ich alt bin. Das war wirklich irgendwie Ubuntu 12, 12, 10 ist es, glaube ich, rausgeflogen. Okay. Kennt ihr das noch? Also, kennt vielleicht einige von euch noch. Man konnte früher Ubuntu im Browser austesten. Wusstet ihr das noch? Das war, ähm, noch Ubuntu Unity. Äh, da konntest du tatsächlich verschiedene Anwendungen im Browser selber öffnen und starten. Das, äh, war auch cool. Also, nur so, nur so, ja, nur so ein bisschen, um ein Feeling zu bekommen. Also, es war nicht richtig funktional, aber man konnte es im Browser so ein bisschen austesten. Ähm, ja, das gab's bis, äh, Ubuntu 16.04, glaube ich, konnte man dann direkt auf der Seite austesten. Das fand ich auch stark. Also, stark wie stark, also, machen sie nicht mehr? Bei Canonical, bei der Canonical-Seite konntest du irgendwo so eine Demo öffnen. Direkt im Browser, es war keine richtige virtuelle Maschine im Hintergrund oder auch keine richtige Verbindung auf dem Desktop. Wir haben irgendwie Unity geschafft, in HTML zu packen und das dann in die Webseite zu, zu, zu bringen. Das fand ich auch ziemlich stark. Also, mittler, also, das war das Einzige, was ich gesehen habe mittlerweile. Hab ich bis dato nicht mehr so etwas gesehen. Aber war witzig, war witzig. Also, irgendeine Seite gibt es, wo du verschiedene Distributionen ausprobieren kannst. Äh, also, da läuft irgendwo ein Server und dann kriegst du das Bild angezeigt. Sowas gibt es auch. Hab ich irgendwie letztens drüber gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber... Äh, das gibt es auch. Aber dass das hier auf dem eigenen Rechner, also, dass sie dir quasi so ein Fake-Unity vorsetzen im Browser, das denn so tut, als ob es was tut, aber dir eigentlich bloß ein paar bunte Bilder anzeigt, das kann die auch noch nicht. Hm. Hm. Krass. Ja, ähm, mir fällt einfach mal so ein bisschen als Zwischenfrage ein. Äh, kennt ihr alle KilledByGoogle.com? Das ist ein Google Graveyard. Also, da sind alle Projekte von Google, ähm, die irgendwann mal angekündigt wurden und, äh, irgendwie mal eine Zeit lang gingen und, äh, dann eingestellt wurden. Ratet mal, wie viele Projekte offiziell es von Google gibt, die mittlerweile eingestellt wurden oder gekillt werden. Ich würde einfach mal das undefinierte Zahlraum viele in den Raum werfen. Viele. Viele ist absolut richtig, Micha. Absolut. Äh, 293 sind es aktuell. Das ist schon ordentlich. Und eigentlich brauchen wir genau so eine Seite für Linux-Projekte. Ich glaube, das, 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 äh, überholen wir sehr leicht, sehr leicht. Ja. Was, was wäre denn da dein Lieblingsprojekt, wo du dich drüber freust, dass es eingestellt wurde? Ja! Ja, das ist die Frage. Also, ich würde sagen, ich kenne eins, äh, wo ich sehr, sehr traurig bin, wenn es eingestellt wurde, oder dass es eingestellt wurde. Das ist Hannah Montana Linux natürlich. Ähm, ansonsten, wo ich wirklich traurig bin. Hm. Ich, ich überlege gerade, aber mir fällt beim besten Willen nix ein. Ja? Also, wenn jemand von euch was hat, gerne in den Tag bleibt, was ihr vermisst. Also, wo man sich freut, das ist, also genau. Ja, genau. Worüber man sich freut, dass es weg ist. Ne, schreibt es einfach mal in den Chat, oder, ne, werft es auch hier mal in den Raum gerne. Ähm, würde mich sehr, sehr interessieren. Also, dass ich, dass ich, dass ich froh bin, dass es weg bin. Unity in gewisser Weise, würde ich sagen. Also, hat, ähm, hat, ähm, auch seine Vorteile gehabt, aber, weiß ich nicht, ich konnte mich nie so richtig mit anfreunden. Das ist aber sehr, ja, subjektiv. Und, Red Hat Enterprise Linux, schreibt es nicht mal Deutsch? Naja, offiziell gibt es es ja noch, ne, aber die verabschieden sich irgendwie auch gerade selber. Das stimmt. Ja, also, gibt es da eine wirkliche Bewegung in die Richtung? Also, ich denke ja, das kommerzielle Ding ist, das werden die durchziehen. Ja, das werden die durchziehen. Das ist, was wirklich Kohle bringt, also, ja. Ja. Achso, Distrosi.com, genau, genau, sehr gut. Das war das, wo man, äh, Distrosi, wo man, äh, verschiedene Distributionen einfach mal ausprobieren kann und im Browser, äh, laufen da, also, siehst du die bunten Bilder und das wird anders ausgeführt. Ah, das habe ich sogar mal vorgestellt. Das ist schon wieder eingestellt. Och. Nein, 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 das war die Antwort auf, äh, die Frage. Ach, ach so, ich dachte, ach, ich dachte, stimmt, ja, doch, gibt es sogar. Ja, klar, ja, habt ihr recht. Ja. So, sehr cool. Micha, hast du denn so ein Projekt, wo du denkst, gut, dass es eingestellt wurde oder eins, wo du traurig drüber bist, dass es eingestellt wurde? Boah, traurig? Hm. Nö. Also, bis jetzt sind noch all meine Softwareprojekte, die ich so lieben und schätzen gelernt habe, noch da in irgendeiner Form. Hm. Aber so würde jetzt direkt jemandem was Böses wünschen, würde ich auch nicht. Also, nö. Also, ich bin da ziemlich friedlich unterwegs. Ja, habe ich nicht. Hauke, wie sieht es bei dir aus? Hättest du da sonst noch Kandidaten? Also, mir ist schon wirklich, also, ich habe das Canonical damals ein bisschen übel genommen, dass die wirklich mal wieder versucht haben, so ein Konkurrenzprojekt hochzuziehen und wieder diese Spalterei betrieben haben, dass sinnlose Ressourcen verbrannt werden, wo man eigentlich eher zusammen an sinnvollen Lösungen arbeiten sollte. Also, mir ist da wirklich so ein Kandidat, wo ich denke, gut, dass das eigentlich weg ist oder jedenfalls weit genug weg ist, sodass man sich wirklich auf was konzentrieren kann, was auch distributionsübergreifend auch genutzt wird. Und, naja, das andere ist kein Open-Source-Projekt, aber Flash. Gut, dass es weg ist. Das stimmt. Das stimmt. Ansonsten, wie Micha sagt, also wirklich so ein Projekt, wo ich traurig bin, dass es das nicht mehr gibt. Das gibt es, da fällt mir jetzt eigentlich so aktiv keines ein. Also, die Dinge, die ich weiterverwende oder die ich immer noch verwende, die haben eine sehr lange Historie quasi. Also, die gibt es immer noch in der einen oder anderen Form. Oder, dass es einen genauso guten Nachfolger dafür gibt, für irgendwelche Probleme, also, löst dasselbe Probleme auf andere Art. Ja, also, für meinen Desktop, den ich ja sehr gerne verwende, den Trinity Desktop, da hat sich ja auch jemand gefunden. Das ist der Nachfolger oder die Fortsetzung vom KDE 3.5-Projekt, wo ich damals dann dachte, das ist ja irgendwie schade, dass die das einstellen. Aber es hat sicher jemand gefunden, dank Open Source, und das läuft jetzt weiter. Ja. Das stimmt natürlich. Ja, Antagos. Darf ich dir dazu? Stimmt. War das jetzt deine Antwort, Jean? Bin ich dir jetzt so reingefahren? Alles gut, du kannst los. Ich wollte nur dir, Hauke. Ich habe Donnerstag im Stream ersatzweise zum TuxFlash mal Sparky Linux ausprobiert. Und die haben tatsächlich in ihrem App-Center ziemlich viele Desktops. Mitunter kannst du dort den kompletten Trinity Desktop mit einem Klick installieren. Nur so mal für dich als Info, falls du mal was suchst, wo es quasi fast fertig ist. Zu dem Zweck habe ich sonst das Q4OS. Ah, okay. Da ist es auch schon mit drin. Ach so, okay. Gut, das ist eigentlich nochmal eine super Erkennung dazu. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Es gab auch Q4OS für den Raspberry Pi. Und die haben eine, wie ich fand, eigentlich eine deutlich bessere Distribution gebaut als das offizielle Raspberry Pi OS. Also es gab die Geschmacksrichtung Trinity für den Raspberry Pi. Und dann hast du, wie beim Raspberry Pi ja standardmäßig diese SD-Karte beschrieben. Da hast du den hochgefahren. Und die haben dich wirklich an die Hand genommen mit so Dialogsystemen. Also so wirklich von einem zum nächsten. Auch für Unbedarfte, sagen wir mal so. Das war eigentlich ein super rundes Projekt mit WLAN-Einrichtung. Und naja, du hast jetzt hier so eine Basisinstallation. Möchtest du jetzt vielleicht noch so ein erweiteres Paket nachinstallieren? Und da haben wir für dich mal Dinge zusammengepackt. Also das fand ich sehr gut gemacht. Also das gibt es leider nicht mehr. Das haben sie eingestellt. Wahrscheinlich war ich einer der wenigen, der es immer ausprobiert hat. Und also wirklich bloß ausprobiert hat. Und ja, hat nicht genug Interessenten gefunden, schätze ich mal. Aber das irgendwie so ein bisschen schade ist es eigentlich. Denn vor ein paar Wochen hätte ich das ganz gut brauchen können. Und das gab es leider nicht. Hat mich irgendwie gewundert, warum nicht mehr? Hm, das war doch eigentlich so gut. Das ist weg. Ja. Das kommt ja doch manchmal vorher. Wo du den Raspberry Pi erwähnt hast, hast du in mir was geweckt. Nämlich doch so ein bisschen Mitleid. Das Projekt gibt es zwar noch, aber nicht mehr in der Form. Ich habe mit dem Raspberry Pi angefangen. Und das erste Projekt, was ich hatte, war XBMC. Das ist ja jetzt als Kodi bekannt. Nur damals war es für mich gesehen deutlich besser. Irgendwie haben die das verschlimmbessert, wie man so schön sagt. Zumindest für mich persönlich. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, das ist irgendwie nicht mehr mein XBMC, wie ich es kannte. Da muss ich jetzt doch retrospektiv sagen, das vermisse ich in der Form so ein wenig. Aber dafür gibt es nicht andere. Also Kodi ist ja die Oberfläche, wo du denn deine Inhalte aussuchst und dann auf Fernseher oder sonst wie darstellen lässt. Das gibt doch andere Distributionen für den Raspberry Pi, die Kodi als Oberfläche verwenden, oder? Ja, ja. Nur vorher war es ja das, ich weiß gar nicht, was XBMC noch ausgesprochen hieß. MC war Media Center. Xbox, es war ja ursprünglich mal für die Xbox. Xbox Media Center, genau. Ja. Genau, genau. Nee, die haben das einfach von dem Plug-in-System, dann waren ganz viele Plug-ins, die vorher richtig cool und brauchbar waren, nicht mehr kompatibel. Dann hieß es Kodi. Dann war die UI nicht mehr ganz so gut, wie ich sie damals empfunden habe. Wurde halt für mich persönlich verschlimmbessert. Also das Projekt hat sich einfach in eine Richtung entwickelt, wo es mir nicht mehr gefallen hat. Also direkt gestorben ist es nicht. Es hat sich nur, wir haben uns auseinandergelebt, muss man mal so sagen. Ja. Ja gut, das gibt es an anderen Bereichen ja auch mit Firewalls, ja, PFSense und OpenSense. Also da, OpenSense entwickelt sich auch in so eine Richtung, wo ich auch nicht weiß, ob das so eine gute Idee ist, müssen die wissen. Wenn genug Leute das auch gut finden, dann ist das halt so. Aber es gibt ja zum Glück noch Alternativen wie PFSense. Was ja auch kein Linux ist, sondern BSD. Aber ja, was hatten wir noch? Wir hatten doch hier auch im Chat noch. Im Chat hatten wir, also ganz viel Input tatsächlich. Einmal, irgendwas wollte ich ansprechen, was bei uns im Chat. Also hier, ich weiß es nicht. Antagos, da war so eine Sache. Hennemontenner Linux. Stadia, genau, das wollte ich eigentlich ansprechen. Ist zwar kein OpenSource-Projekt, aber ich finde es tatsächlich auch schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich habe das tatsächlich genutzt. Nicht so häufig, aber war cool. Tatsächlich, du konntest über das Cloud-Gaming super, super einfach, über den Browser tatsächlich. Eigentlich super, super viele Spiele spielen, die du natürlich sonst unter Linux eher nicht so spielst. Und gut, seitdem hat sich das bei mir dann so, ich könnte ja mal reinschreiben, wenn ihr Stadia gespielt habt, so dargestellt, ich habe die Spiele einfach nicht mehr gespielt. Also ich habe jetzt nicht nochmal ein zusätzliches Windows installiert, dann ist es so. Man hat genug anderes Sinnvolles eigentlich zu tun, aber naja. Wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache. Aber gut, ist nicht OpenSource, muss man sagen, gewesen. Aber für die Linux-Welt, ich glaube, gar nicht so schlecht gewesen. Ansonsten Twister OS. Achso, ja. Twister OS. Aber war das nicht dieses etwas Dubiose, wo die Lizenzen nicht geklärt waren, was, ich glaube, sogar Original-Grafiken von macOS und Windows da reinkopiert hat? Das kann sein, dass es mal so war, wenn ich jetzt, also wird auch nicht mehr, also es gibt es nicht mehr seit 2021, was ich so sehe. Ja, kann gut sein. Also der Screenshot selber, der sieht jetzt erstmal nicht so danach aus, dass da irgendwas geklaut wurde, aber ja, kann sein. Also, was da auf der Seite drauf ist, also die haben wirklich 1 zu 1 hier Windows 95 genommen, Xp, dann Windows 7, Windows 8, 10. Ich glaube, das sind wirklich 1 zu 1 die Icons. Und macOS, das sind auch die Icons, die ich immer so in Screenshots finde. Windows 11. Also, das sieht nicht gut aus, ja. Es hat mich irgendwie gewundert, dass diese, gerade diese klagefreudigen Firmen wie Microsoft und Apple da nicht sofort gesagt haben, nee, den Laden machen wir dicht, die Klagen werden Grund und Boden. Ich glaube, der war zu klein. Den Entwickler, den habe ich, was war das, IRC oder so, irgendwo denn mal gefragt, wie das denn ist mit den Lizenzen. Und da druckst du irgendwie so darum und dann meinte, ja, nee, das ist ja alles Freeware. Ja, aber diese Grafiken und so, ja, ja, das ist Freeware, aber unter welcher Lizenz? Ja, das ist kostenlos. Also, das fand ich irgendwie höchst dubios da. Also, der wollte sich da nicht festlegen und wurde dann auch richtig aggressiv. Ja, nee, stell doch nicht solche dummen Fragen hier. Okay, gut, danke. Das kostet nichts. Jetzt hör auf zu fragen. So ist das. Ja, sowas soll es gehen. Damn small Linux wird nicht mehr weiterentwickelt. Das sehe ich noch bei uns dort im Chat. Ja, das war auf jeden Fall extrem schnell im Booten. Aber ich finde, es ist so häufig, also ganz, ganz viele Distributionen werden nur maßgeblich von einer Person getrieben. Und sobald die Person sich, oder Distributionen, auch Projekte, sobald die Person sich umorientiert oder sowas, dann geht das ganz, ganz schnell flöten. Also, das ist schon sehr, ich sag mal, auch bei größeren, also wir haben größeren, wir haben größere Projekte, schon echt immer sehr eindrucksvoll tatsächlich manchmal zu sehen, wie dann solche Sachen wieder verschwinden. Aber gut, die Dinger, die wir jetzt hier aufgezählt haben mit Distro, nee, warte mal, wie hieß das? Twister OS, Dams, Noll Linux. Ich weiß nicht, ob da so wirklich welche traurig sind, würde ich sagen. Ja, wobei Action-Schnitzel von Twister OS, cool. Ja, gut. Aber, ähm, also so schnell kann sowas in den Boden runtergehen. Auch, ich muss sagen, Elementary OS hab ich ganz lange auch am Boden gesehen. Ich glaub, mittlerweile fangen sie sich wieder. Ähm, aber es ist so personenabhängig teilweise. Hennermund. Das ist doch bei Solos dasselbe. Was meinst du? Bei Solos ist es doch exakt dasselbe. Es war doch auch nur von einem getrieben, wurde dann für tot erklärt und dann hat der sich gedacht, huch, das stimmt ja, ich hab ja was entwickelt. Da bin ich wieder. Ja, so nach dem Motto. Ja. Das verstehe ich. Hat mir das auch schon mal, also, ja. John J. McKay sagt, Nobara Linux wird auch nur von einer Person getragen. Absolut. Deswegen empfehle ich's auch noch nicht, ne? Also, ähm, also viele finden das mega cool, aber ich glaube, man braucht ja echt noch ein bisschen, ähm, ja, ich find's auch nicht. Zeit, die den Bach runter geht. Ja. Also. Ich find's auch nicht schlecht und die Verbesserungen dort drin sind wirklich Verbesserungen mit wirklichem Mehrwert für Content Creator, äh, schrägstrich, äh, Multimedia-Begeisterte, schrägstrich, Gamer. Das Problem ist halt wirklich, es wird von einem, ähm, getragen und getrieben. Was ist, wenn der mal keine Lust mehr hat oder von seinem Arbeitgeber, wo wir ja wissen, dass der bei, ähm, Red Hat ist, sagt, nö, mach das mal nicht mehr. Absolut. Dann ist das ein super Projekt auch wieder, äh, so schnell begraben, wie's, äh, erschienen ist. Das ist dann halt schwierig und, ja, schade. Aber ich glaube, sogar Nobara hat immer noch Standard, nee, die haben, der hat Wayland und der hat das sogar erweitert mit den Kompatibilitäten mit, ähm, OBS. Das hatte ich ja in meinem Test rausgefunden, fällt mir gerade wieder ein. Der hat da echt Sachen gemacht, wo ich mich, äh, ja, gefreut habe. Aber ich hab halt nicht rausgekriegt, welche Anpassungen der gemacht hat, damit man das hätte vielleicht übernehmen können. Das ist dann schwierig, ja. So, Action Schnitzel schreibt, das Tolle an Twister waren ja nicht die Themes, sondern dass Wein auf Arm mit Lutrus funktioniert hat. Aber ich denk, das kriegst du ja auch so irgendwie hin, ne? Wahrscheinlich nicht standardmäßig, aber ich denke, das ist nur ein bisschen Konfigurationsarbeit. Ja, ich glaub, hat TwisterOS sonst was Eigenes gebracht? Weiß ich nicht, also gefühlt, aber ich, ich kenn TwisterOS nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich's mir mal angeschaut habe. Ich kann mich im besten Willen nicht dran erinnern. Ich glaub, ich hab's extra ausgelassen in meiner Adventskalender-Serie letztes Jahr. Aber, ja, war schon krass. Also, von wegen dieser Themes da, ein Kollege hat mir das vorgestellt. Eigentlich, sagen wir mal, Hardcore-Windows-Benutzer und er hatte ein altes Notebook da rum und wollte das dann nicht rumstehen, wollte das nicht wegschmeißen. Und er meinte, ich hab mir da jetzt was draufgezogen. Das sieht genauso aus wie Windows. Das ist total toll. Und wenn jemand reinkommt, dann merkt er nicht, dass da Linux drauf ist. Also, für den war das schon wirklich das Killer-Feature, dass man nicht sehen konnte, dass es was anderes war. Das hieß, glaub ich, auch dann Explorer, der umgebastelte Firefox oder wie auch immer. Das sah wirklich so aus, wie es aussehen sollte. Aber, äh, die ist mit Wine auf Arm. Ähm, ich mein, ich hab das irgendwann mal ausprobiert. In irgendeiner Folge, wo ich auf dem Raspberry Pi, ähm, mal verschiedene Sachen ausprobiert hab. Virtualisierungstechniken und so. Und irgendwas gab es dabei, was, ähm, auch Windows-Programme ausführen konnte. Das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber, ähm, die Godo-Engine, die funktionierte irgendwie. Also, diese Exe-Datei, die ja für Windows gebaut ist, die ging über irgendeinen Emulations-Geraffel da mit API umbiegen, wie auch immer. Magie, schwarze Magie, Voodoo, sonst was. Äh, lief denn da drauf? Also, da war ich sehr erstaunt, dass das überhaupt funktioniert. Aber das hat funktioniert. Viele andere Programme, die ich da mal ausprobiert hab, die, da ging das gar nicht. Aber das hat funktioniert. Aber müsste ich nachgucken. Steht wahrscheinlich irgendwie in den Folien zu der Folge drin, was für ein tolles Programm das war. Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ja. Also, wir schreien ja schon wieder deutlich vom Thema ab. Eigentlich wollten wir uns ja über Wayland unterhalten und sind jetzt wieder komplett woanders gelandet. Ich hab mir versucht mit meinen Ausführungen, aber. Absolut, tatsächlich witzig, ja. Ja, nee, ansonsten, ähm, ja, aber Wayland war ja mal eigentlich durch, ne. Wir fanden sie ja eigentlich alle nicht so prickelnd. Und die meisten von euch auch. Ähm, ansonsten, El Polo Diablo schreibt nochmal auf, äh, turxtage.de. Nobara ist meines Wissens keine richtige Distro, sondern nur ein modifiziertes Fedora. Also Vanilla-Fedora plus einige Tools, die man sonst manuell nachkonfigurieren muss. Hast du recht, aber so beispielsweise hat auch Mint gestartet, witzigerweise. Ähm, also es kann sich noch, es kann mehr daraus werden. Daher stellt er die Theorie auf, dass, äh, Nobara länger als Elementary leben wird. Elementary ist ein Sterben auf Zeit, zumindest befürchte ich das, schreibt El Polo Diablo. Du hast recht, also ich hab, ich hab, ich seh auch das sehr, sehr kritisch mit dem Elementary, aber ich hab das Gefühl, doch, sie halten sich doch noch länger, als man denkt. Ja, totgesagte leben länger. Wobei die ja bei Elementary OS diesen Pantheon-Desktop haben. Der ist ja überwiegende Eigenentwicklung. Und gibt's dahinter eine größere Entwicklergemeinschaft, die das weiter betreibt, unabhängig von dem Elementary OS? Oder wenn das Elementary OS weg ist, eingestellt wird, gibt's auch keine Unterstützung mehr oder keine Weiterentwicklung von dem Pantheon? Wie ist das da? Ich schau direkt mal nach, aber ich geh fast nicht davon aus. Also, kennt ihr den Pantheon-Desktop auf anderen Distros, richtig? Also, beispielsweise Slimman hat's ja auf Anwendung geschafft, Pantheon ja quasi nicht. Pantheon könntest du über irgendein gruseliges PPA nachinstallieren, aber was von den ganzen Elementary Apps, hieß das so? Die haben doch auch ein paar Eigenentwicklungen. Ja, Beispiel, Eddy, ihr Depp-Paket-Installer, ihr grafischer, ist ein schönerer Alternative zu GDebi und wurde ja auch von PopOS übernommen. Du hast ja Eddy auch in PopOS. Also, das ist das Einzige, was ich jetzt aktiv kenne, wo ein Teil vom Pantheon-Desktop, wenn man's so möchte, Einzug in andere Distros gefunden hat. Oder die Anwendungsverwaltung von Elementary, die hat's auch weiter geschafft. Also, es gibt ein paar Distros, die genau die verwenden. Die ist auch cool. Das ist schön, ja. Also, es gibt schon so ein paar Apps, aber der Desktop selber, also, ich meine, es gibt irgendwelche Editionen, aber jedenfalls nicht, dass man wirklich darüber reden müsste, würde ich jetzt einfach mal ganz fies sagen. Und ich find auch für den Pantheon-Desktop kein Git-Projekt so richtig. Ich bin grad auf dem Elementary-Git-Hub-Account, aber Pantheon, nee, also so ein richtiges Pantheon-Projekt find ich jetzt nicht, auch nicht über meine Suchmaschine der Wahl. Aber irgendwie wird's das geben. Oder man muss sich das aus ganz, ganz vielen verschiedenen Anwendungen zusammenbauen, ne, das kann gut sein. Michael Franken hatte 2020 mal einen Artikel drüber geschrieben, wie man den Desktop auf Debian, Stretch und Buster installieren kann. Aber was er da als Paketquellen angegeben hat, also, den Server gibt's auch schon nicht mehr. Also. Das ist natürlich nicht so gut. Ansonsten schreibt Optimistic Hawking, Pop-OS hat viele Features von Elementary, da lebt es weiter. Du hast recht. Also, das ist das Coole, auch wenn ein, jetzt für eine Distro, angenommen, Elementary würde wirklich den, also, die Pforten dicht machen, würde ich sagen, dann würden viele, viele Elemente von Elementary trotzdem, witzig, weiterleben, eben durch dieses, durch diesen freien Software-Gedanken. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ultramarine Linux gibt's als Pantheon Edition. Ja, gut. Also, wie gesagt, es gibt ein paar, aber ich glaub, ich hör Ultramarine Linux das erste Mal. Aber, ne, wer weiß. Ansonsten bin ich tatsächlich von meiner Seite aus durch mit dem Thema. Außer jemand von euch hat noch etwas, worauf wir eingehen sollten. Also, mit dem Thema als solches sind wir ja durch. Also, eigentlich ja schon länger. Wir ziehen es ja nur noch künstlich in die Länge und von daher würde ich sagen, können wir auch eigentlich zum Ende kommen. Der Tag war für einige Jahre sehr lang und, ja, von daher, gibt's im Anschluss, nee, im Anschluss gibt's heute nichts mehr, ne? Im Anschluss gibt's nichts mehr, ne? Also, wir bleiben jetzt hier ganz entspannt direkt im 3D-Gelände. Das heißt, wenn ihr wollt, kommt gerne mit aus 3D-Gelände, tux-tage.de, dort findet ihr den Link und dann müsst ihr in den Vortragsraum gehen. Das werdet ihr finden, zum Gebäude laufen. Und, genau, ja, ich bedanke mich ganz herzlich, mit, dass ihr so zahlreich zugeschaut habt und würd mal dem Micha das Wort geben, so ein bisschen. Genau, ich denke mal, wir haben das gesagt, was wir sagen wollten. Hier sehe ich noch schnell im Chat, sofern sich Pop-Wars nicht mit ihrem neuen eigenen Desktop selber ins Knie schießt. Werden wir sehen? Werden wir sehen? Werde ich persönlich sehen? Wenn nicht, ich habe meinen Plan B, den ich immer irgendwo habe, schon in der Hinterhand. Ich hoffe es nur nicht, weil das wird ein bisschen Arbeit. Aber dementsprechend, wenn die Tux-Tage vorbei sind, was sie noch nicht sind, dann hätte ich Zeit dafür. Aber bis dahin machen wir noch alle uns eine schöne Zeit, gerade hier im 3D-Gelände. Für alle, die es dann nochmal aus der Konserve auf YouTube sehen wollen, können das auf YouTube, auf dem Tux-Tage-Kanal nachholen. Alternativ dann bestimmt auch bei Haukes Kanal, nicht der Weisheit letzter Schluss. Und regulär gibt es dann den Podcast wieder live jeden zweiten Donnerstag bei mir auf Twitch. Twitch.tv slash saintofsinner Und uns gibt es dann auch auf Spotify zu hören. Und dementsprechend sind jetzt, glaube ich, alle Dinge gesagt worden. Ich bedanke mich wirklich rigoros, herzlich und rigoros an den Chats und an alle, die gerade mit dabei gewesen waren. Wie immer, ganz herzlichen Dank an Hauke und Jean, an euch beide. und auch an unsere Regie, die das hier so gut meistert, gerade live bei den Tux-Tagen. In diesem Sinne, auf Wiedergesehen und bis die Tage. Vielen Dank auch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.